Hallo zusammen, herzlich willkommen. Wir gehen wieder in Chain Together rein. Ja, wir sollten ja jetzt den Punkt, den wir jetzt beim letzten Mal erreicht haben, sollten wir ja hoffentlich schneller erreichen. Jetzt kennen wir ja die Hindernisse. So. Ich hasse dieses Kackgerüst hier. Oh, jei, jei. Oh, no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uh. Aber, aber easy, easy. Let's go. Oh, shit, shit. Nein, 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 nein. Zurück. Nee. Alter. Okay. Jetzt bist du da. Oder schiebe ich dich jetzt halt neben dem Marco eigentlich, oder? Nee, ich lass dich mal da oben. Machen wir es mal so. Perfekt. Okay. Gut, bin wieder im Game. Alle sind da. Jawohl. Sehr gut. Let's go. Okay, wieso, Parbax? Wieso Dara? Gut. Okay. Otto Docks. Was? Warum? Hä? Wieso denn? Also, der geht jetzt auf deine Kappe, Parbax. Hä? Ich war der Einzige, der halt oben war. Noch eine so Aktion, Stream-Abo, ich sag's, wie's ist. Also, erstens, sind wir Zwillingsbrüder hier. Also, wenn ich schuld bin, ist auch er schuld. Nee, nee, nee. Das möchte ich gleich mal unterbinden hier. So nicht. Wie kann derjenige schuld sein, der halt noch oben ist? Weißt du, wie ich mein? Wie, weil du diesen unorthodoxen, warum denn auf diese Box? Hä? Also, jetzt reiz. Zieh uns hoch. Okay, Leute. Wir gehen halt. Gesamt, los. Huppen. Hä? Irgendwie sind wir, weil du bist bei mir im Boden. Nee, alles gut. Ich bin hier. Jetzt spring ich rüber. Kann ich nicht. Ja, los, Leute. Was? Wie ist so denn? Das ist doch schon mal einfacher. So zieht immer einer den anderen immer so runter. Hallo, da sei. Nee. Nee, da sei. Bugst du bei uns? Und wieder muss Pavlin retten. Also, ihr bugt bei mir. Also, irgendwas... Ja? Okay, wir springen mal rüber. Auf eins, zwei, drei und los. Nee, passt doch. Okay, weiter. Jetzt scheint es anscheinend wieder zu gehen. So, das wird jetzt wieder ein bisschen spannend. Drei, zwei, eins, go. War noch nicht aus. Dariert. Drei, zwei, eins, go. Ups. Ah! Weiß nicht, was ich tun soll. Festhalten. Festhalten, festhalten. Hier, hier, hier. Was? Nee. Oh Gott. Ja. Kade. Ne? Ist okay. Alte Mann. Und wieder, wieder vor dem Knochengarten. Also, dieser... Ich hasse diesen Knochengarten. Ich bin heute ein bisschen hibbelig. Ich weiß auch nichts. Ja. Hm. So, jetzt kommt wieder dein Hindernis. Warten, warten, warten. Dein Hindernis? Ich springe. Also, ich weiß nicht. Nein. Auch hier wieder, Papa. Böse Zwillig! Warum? Warum springt keiner? Nee, ihr Dullis. Nee, jetzt sind wir wieder bei dem Knochenpalast. Knochenpalast. Die Namen werden auch immer epischer. Nein! Nein! Schnell, 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 schnell! Nein, halten! Ich bin oben, ich bin oben! Halten, halten! Zieh mich hoch, zieh mich hoch, zieh mich hoch! Pull, pull, pull! Pull, pull! Pull, pull! Such dir bessere... Such dir bessere... Geh dir auf das... Ah, fuck! Nein, nein, nein. Der Knochenpalast, der ist... Ach so, Leute. Oh, da ist ja wieder der Knochenpalast. Oh, das ist so schlecht. Komm doch! Komm doch! Nein! Ich habe gerade... Hä, wieso hänge ich am Knochenpalast? Das war's. Accept my request. Nein! Nein! Na ja, gut, wir lassen es geschehen, würde ich sagen. Ist ja Quatsch. Boah, Leute, ey, wir müssen aber mal ein bisschen, ähm, irgendwie... Auf die Tube, ja! Wir müssen unsere Mitte finden. Das ist ja Katastrophe. Wir sind hier seit fast schon wieder einer halben Stunde und es ist einfach völliger Schmutz. Voll. Okay, Leute. Jetzt bitte... Konzentration. Das ist ja noch okay hier. Ja, verschreibe es nicht. Jedes Hindernis ernst. Ja! Perfekt. Achso. Halt. Was macht ihr? Ich komme nicht an die Leite. Hä? Okay. Und die C. Eins, zwei, drei. Nee. Springt auch bei zwei. Drei, zwei, eins. Eins, zwei, drei. Änder doch die Zählbreitfolge auch einfach mittendrin. Okay, wir werden erst positionieren, Leute. Erst positioniert? Ja. Erst positioniert? Ja, nö. Positioniert? Genau. Und jetzt in einem großen Jump hoch. Wir springen alle bei drei. Sagt dazu jetzt nichts. Ich sag dazu jetzt auch nichts. So, jawohl, Leute. Endlich mal wieder die Sch*** hier gepackt. Oh, wow. Bitte weiter so. Äh, wir fährten? Ähm, der böse Zwingling. Äh, da sei. Achso, lol. Ja, weil wir genau gleich aussehen, dachte ich, jetzt, ich sitze hinten. Hm, nix gibt's. Hm, nix gibt's. Jetzt kann ich mal gar nicht wirklich nach oben schauen. Dann fahr ich uns mal in den Abgrund. Oh, nein. Und, ja, das war's. Ich hab immer noch keine Anfrage. Das war's. Das war's. Ja, wie? Ich will aussteigen. Bitte. Alter. Gut. Das war's. So, ähm, war jetzt noch nicht. Ja. Da sei, hat uns umge... Hat uns eiskalt. Eiskalt. Ich konnte nicht mehr wenden, es ging nicht. Oh, ich war gerade in Dis... Ah. Ja, du hättest auch nichts. Du hättest nichts ändern können. Du hättest gar nichts daran ändern können. Nee, wieder durch den Knochenverlass. Deswegen können wir uns umbringen. Boah, also dieses... Also dieses Hindernis. Oh, ne, Witz. Es ist nicht schwer, es ist aber halt nervig. Es nervt, ja. Es ist ultra nervig. Und es bestraft einen jedes Mal, wenn man ungeduldig wird. Ja. Genau, das ist es. Weil es ist einfach zu machen. Aber wenn du halt beim fünften Mal da bist, dann wirst du es schnell hinter dich bringen und dann verkackst du. Ja. Kommt, Leute. Jetzt versuch mal wirklich mal durchzuziehen. Ja. Okay. Oh, oh. Nee. Nee. Ja, sofort. Darf ich es aber nicht verkacken, sonst... Äh, glaub ich kann nicht offline gehen. Noch ein paar Updates bei... Vielleicht... Naja, eher uninteressant, aber... Alter. Du bist komplett reingesegelt. Hä? Bei mir? Ich hab's nicht bedurrt. Aber du bist so am Rand, Alter. Du bist so Bübel am Rand. So. War doch wenigstens mittig durch. Weil... Weil ich da mehr Zeit hab an der Seite, bis ich durchkomm, weißt du, wie ich mein? Ja, aber wenn's halt dich an der Seite erwischt, flieg's halt runter. Nee, nee. Komm, zieh durch. Und wieder voll dagegen, Alter. Was ist denn? Bei mir, bei mir fein nicht. Bei mir bist du voll dagegen. War durch voll. Ja, bei mir auch. Voll dagegen. Aber wirklich so abgepasst auch das Perfekt dagegen schluss. Ja, genau. Echt, genau. Ja, same. Du siehst das bei mir im Stream. Dann bei mir. Okay, krass. Okay. Halt. Oh, 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 Leute. Ich zieh, ich zieh. Ich zieh. Sehr gut, sehr gut. Easy, 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 easy. Eins, drei, drei. Eins, zwei, drei. 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 Und drei. Perfekt, Chunks. Und im Groove. Und im Groove. Und im Groove jetzt. Drei. Drei. Über Mario, Sterne. Drei. 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 Sehr schön. Und drei. Und drei. Okay, Leute. Und dran denken, falls wir hier runterfallen, versuchen, diese Plattform da unten zu erreichen. Dass wir zumindest wieder bei diesem Merendon sind. Warten wir den einen noch ab, oder? Ja. Ja, und früher da drauf springen. Und jetzt. Und Mitte. Und warten. Ganz durch, ganz durch, ganz durch, ganz durch. Ich glaube, wir kommen dann nicht mehr hoch, sonst. Ne, ich glaube auch. Ich glaube, wenn wir beim zweiten sind, können wir bis zum Ende durchjumpen. Ja. Ähm. Genau. Aber ich glaube, wenn einer halt hängt, beim zweiten dann. Ja, ja, ja. Also wir müssen schon alle stehen. Das stimmt. Ja. Also da müssen wir genau, wenn dann schnell reagieren oder dann sicher fallen, glaube ich, die bessere Option dann. Okay, let's go. Hä? Okay, das war mein Kries. Äh, Leute, wieso war der so weit weg? Oh, oh, war das Glück. Oh Gott, war das Glück. Schnell. Jones. Wie das jetzt funktioniert hat, weiß ich mir auch nicht. Bei mir war der Cube irgendwie schon weg, keine Ahnung. Das war unendlich krasses Glück jetzt. Unendlich krasses Glück. Ja. Ja. Oh Gott, dass der genau in die Richtung sich gedreht hat, wo wir es gebraucht haben. Hätte er sich in irgendeine andere Richtung gedreht. Game over. Und kommt, Leute, kommt. Oh, Mitte. Und warten und weiter. Ich dachte direkt durch, hieß es doch. Ich hab auch gedacht direkt durch. Also, wollen wir es jetzt versuchen, es irgendwie doch wieder zu... Warte mal, ich bin sogar. Komm mal hier hoch. Stimmt, es geht's. Jetzt hier rüber. Und hier rüber. Rüber gehen. Wohin denn? Ja, passt, passt. Ah, okay. Und rüber. Jump. Rüber. Ja. Yes. Okay. Okay. Das war stark. Super, Leute. Okay, macht euch bereit. In Synchronität. Ja. Wir springen hoch und los. Hopp. Hopp. Es hat geleckt. Es hat geleckt. Leute, kommt. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es leckt irgendwie. Okay. Es leckt. Hallo. Ja. Also, irgendwie. Ich bin in der Luft. Es ist bei mir irgendwie laggy. Was ist bei euch? Ich bin ein bisschen auf der Plattform, aber du leust... Wow. Und du ziehst uns komplett in die Irreheit. Spießabgestürzt. Okay, passt. Perfekt. Los. Weiter geht's. Ups. Andi. Ziehen. Ziehen. Danke. Ich freue mich, ich kann dich ziehen. Da sei. Dann bist du stabil. Dann zieht er dich nicht runter. Ja, perfekt. Das ist gut. Das ist aber gut. Leute, Aufzug. Oh, wir haben es. Mein Gott, ey. Oh, wir sind jetzt wieder da, wo wir beim letzten Mal ungefähr aufgehört haben. Ja, genau da tatsächlich. Ja, genau da. So, hoffentlich können wir das überbinden. Hoffentlich auch. So, Leute. Here we go again. Warten. Und jump. Jump. Es sah irgendwie schon wieder knapp aus. Halt. Halt. Es sah irgendwie wieder völlig unnötig knapp aus. Und Stromausfall. Ja, genau hier aus. Halt. Okay. Wieso? Sehr gut, Leute. Nice. Weiter sehen wir uns zuvor. Es war knapper, als es hätte sein müssen, ey. Sehr gut. Dann hoch. Okay, genau. So weit waren wir jetzt noch nicht. Doch. Nein. Das ist... Aber wir nicht, ne. Ich nicht. Okay. Warte mal. Okay. Irre. Oh Gott. Warum denn gleich beim nächsten Hindernis, beim nächsten neuen Hindernis gleich verkacken? Da fahren wir auch wieder bis zur Landebahn, wenn wir Glück haben. Ja. Hier kann eigentlich jeder für sich. Ja. Sehr schön. So. Okay, was geht hier ab? Schauen wir uns erstmal um. Da drauf. Und dann immer von Aufzug zu Aufzug. Ja. Bis dahinter wollen wir, oder? Springen. Du siehst ja, da sind ja wieder diese Fallen. Ich glaube, beim... Wenn man es... Ja, boah. Mitkommen und los. Lauf. Okay. Ich gebe den Ton an. Auf diese Plattform springen wir jetzt in 3, 2, 1, go. So, bereit machen zum Sprung über dieses Hindernis. Auf das nächste in 3, 2, 1, go. Ich fiel runter. Bin da. Und rüber. Ui. Ui, da rüber? Ja. In 3, 2, 1, go. Okay. Das war schon überraschend. Positiv überrascht, muss ich sagen. So. So, hier. Geduldig. Ja, aber irre geduldig, Diggi. Ich glaube, hier sind wir reingefahren. 1, 2, 3. Boah, ich zitter. Sehr stark. 1, 2, 3. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Sehr gut. Sehr stark. So, das sollte eigentlich okay sein. Ja, was passiert da? Ist das ein Knopf oder so? Nee. Ich glaube, jetzt ist es normal. Hier müssen wir einfach springen. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wird schon gehen, oder? Ja. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boah, das finde ich kurz. auch wirklich kurz verwirrt weil ich manchmal denke ich bin pbs charakter und bin dann alles positioniert als ich eigentlich denke dass ich das meine ich auch eben wenn wir zu eng aneinander stehen kann ich es auch nicht richtig auseinanderhalten natürlich den zusätzlichen schwierigkeit noch warum nicht machen wir uns doch alle drei gleich 1 2 3 123 ok das ist selbsterklärend 321 wieso zähl ich jetzt wieder rückwärts ok was ist hier hier ist holy moly ok langsam ganz langsam sofort wenn einer fällt oder mal dass das ein bisschen kette da das man versehentlich ziehen wir sind beschritten gehen ja alles gut ich bin so kleine du liest also ich mache so wie check sich durch Check it off Du bottonsmashing So jetzt mal kein kleine äh 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 kein Schabernack Müssen wir da riber? Wir müssen weiter noch oder? Ok weiter Oh God Leute Bitte lass da oben Wieder an den Checkpoint sein Du hast ja immer Мыge auf Zieh mal Wegg auf Achso, verringert den Abstand zu uns. Ja, ich bewege mich fortwährend weiter. Chillt mal ein bisschen dann. Nee, man zieht die Finger. Zieh mal ein wenig auf. Ja, durch. Nee, die... Die Karawane zieht weiter. Oh, ich erinnere mich. Ja, aber, Leute. Sehr gut, easy. So. Die Aqua Maze. Da kann ich nur einen Ratschlag geben. Viel weit ist es mir nicht gekommen, weil das, was ich jetzt als Ratschlag gebe, war unser Tod. Es gibt so etwas wie eine Klospülung. Wenn wir da reinschwimmen, fallen wir komplett runter. Was? Ja, und... Ein Mitspieler ist da reingeschoben. Okay, da muss ich kurz mal ziehen. Eigentlich einfach nur an uns halten, dann, glaube ich, kommen wir durch. Der erst mal wieder Mousse sammeln muss. Geil. Okay. Okay, auf geht's. Gut, Leute, ich bin bereit. Let's go. Oh, und los. Ist eigentlich nicht so dramatisch. Da hin. Dann da hoch. Rechts. Ich glaube, immer noch rechts. Hoch. Da durch. Dachte ich auch. Und jetzt kommt der Raum. Und da dürfen wir nicht in die Mitte schwimmen. Einfach nur nicht in die Mitte da rein. schön außen. Und dann da oben. Ja. Genau. Eigentlich nicht so wird. Okay. Der Pfeil. Aber wenn du da halt unten neugierig gewesen wärst, dann besser. So, Achtung. Hier müssen wir springen. Drei. Großen Sprung. Drei, zwei, eins, go. Ja. Ja. Perfekt. So, hier waren wir auch noch nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch für euch neu landern. Ich glaube, ja. Sagt mir nix. Ja. Oder? Nee, wir sind hier runtergefallen. Wir haben diesen Jump nicht gemacht. Okay. Dann waren wir so gebrochen und haben aufgehört. Drei, zwei, eins, go. Okay, interessant. Ja, nice. Und go. Und hopp. Und hepp. Doch, doch, da waren wir. Ach, doch, da waren wir. Oh shit, wie geht denn das zu dritt? Ja, wir, ja. Ähm, also zu zweit. Ich würde mal sagen, ähm, Pabax ganz rechts, ich ganz links. Lasse, du musst dir irgendeine Seite ausmachen. Wir müssen uns jetzt rübersliden lassen. Versuch mal so lange wie möglich in der Mitte. Wie, was? Was passiert denn? Es geht schon. Wir müssen jetzt praktisch uns hängen lassen und mit der Kette drübersliden. Oh Gott. Ach, okay. Ich muss quasi hier runterhüpfen. Ja, und ich hier. Zwei links und du rechts. Okay, drei, zwei, eins, go. Alter, okay. Sehr gut. Oh, okay, erst mal austarieren. Erst mal austarieren. Stopp. Nein. Stopp. Nein. So. Nein. Und go. Hä? Was? Nee, stopp zurück, bitte. Was? Nein, nein, nein. Nein, nein, wir können nicht. Wir können nicht zurück. Stopp. Leute, ich war noch am hängen. Pfiff, paf. Oh Gott, wir kommen wieder aufs Abolin. So, entspannt bleiben jetzt. Da müssen wir jetzt drauf. Da einfach jetzt gerade drauf. Ja. Drei, zwei, eins, go. Sehr gut. So, jumpen. Drei, zwei, eins. Oh, mein Mann schützt sich. Doch, so weit waren wir nämlich. Ja, doch, da waren wir noch auf dem Dach, stimmt. Drei, zwei, eins, go. Genau. Da vorne wirst du jetzt dann typisch. Okay. Da hoch. Drei, zwei, eins, go. Oh, scheinlich reißte. So, 600 Meter, Leute. Krakki knackt. Jawoll, ey. Richtig geil. Drei, zwei, eins, go. Und schon. Und go. Und go. Ja, Andi, sag du immer an. Und go. Drei, zwei, eins, jumpen. Das wird hier. Drei, zwei, eins, go. Und jetzt ein bisschen Freestyle. Und jumpen. Rennen, 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 jumpen. Rennen, 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 jumpen. Nice. Nice. Wichtig. Und hoch. Alles gut, alles gut. Easy peasy. Und hoch. Und hoch. Also, hier waren wir definitiv noch nicht. Subway Station. Subway. Genau, genau bis hierhin sind wir gekommen. Jetzt ist alles neu. Okay, und wieso, was war jetzt dann hier der Bruch? Ich glaube, wir haben es immer mal verkackt hier. Ne. Ne, ich glaube, da war es dann auch einfach spät. Und wir haben dann gesagt, Abbruch. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen da rüber, oder? Okay, das ist neu. Ja. Schätzen wir da runter, ne? Drei, zwei, eins, go. Und jetzt? Ah, wahrscheinlich da hoch über den Automaten. Oh Gott, Leute. Konzentration. Okay. Aber die sind starr. Ja. Nur da hinten sind sie. Okay. Drei, zwei, eins, go. Und drei, zwei, eins, go. Oh, komm! Okay. Das geht. Ich glaube, das geht. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Wir müssen gleich noch hoch. Wir haben nur 30 Meter Unterschied. Ja, ich glaube, es geht klar. Achtung, jetzt nicht nachlässig. Sind da ganz kleine Lücken zwischen den Kisten. Ah, der Aqua-Tempel. Okay, na ja. Aber hey. So. Okay. Ich glaube, gar nicht von nervös werden. So, und. Jump. Jump. Okay, hier. Hier genauer. Jump. Mini-Jumpy. Alter, what? Ein bisschen Anlauf. Sprint-Taste gedrückt halten. In Jump. In drei, zwei, eins, go. Scheiße. Sorry. Sorry. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt machen. Am besten, Alter. Einfach hochziehen. Drück E. Kannst du hochziehen? Ich kann nur dich pullen. Ja? Jetzt pulle ich ihn. Ja, jetzt pulle ich ihn. Oh, danke, 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 danke. Langsam, langsam, langsam. Und drei. Warte, warte. Drei, zwei, eins, go. Nein. Warte. Sammeln. Nein. Pattern war anders. Pattern war anders. Oh, wir sind wieder beim Tempel. Sammeln. Sammeln. Okay. Boah, aber das ist ja völlig crazy, Alter. Ah, die Rettungsoktion. Ah, die Rettungsoktion war jetzt schon epic. Ja, die hat es eigentlich verdient gehabt, dass wir es jetzt schaffen. Pfand auch. So, in einem von tausend Fällen gelingt diese Rettungsoktion. Ich sage es, wie es ist. Ja, so. Ja, machen wir eigentlich. Same. Okay. So. Und jump. Jump. Justierungsjump. Fuck. Der Tod. Der Bruch. Der ist tödlich. Ja, der ist dead. Vielleicht können wir... Nee. Kein gar nichts. Friede, Knochenmühle. Knochenmühle können wir noch schaffen. Boah, ist das hart, Alter. Oh nein, ne... Nein. Nee. Der schweigende... Schweigende Aufstieg wieder. Das war vor allem genau in die Richtung weggebounced, wo halt auch so komplett gottlos gar nichts war. Außer der Knochenpalast. Nee. Wir haben den Knochenpalast zu sehr verschmäht. Er hat uns wieder zurückgeholt. Ah, ja. Krass, krass, krass. Was kommt denn jetzt eigentlich nach dem Knochenpalast? Oh, noch einiges, oder? Jetzt kommen jetzt die Steine. Halt die komplette... Das komplette Level. Weil die Frage ist eher, was kam denn vor dem Knochenpalast? Ich glaube, der Aufzug. Ja. Aber wir müssen jetzt wie so Roboter einfach durchgehen. Ja. Also ab jetzt heißt es kurz Ultra Instinct aktivieren, okay? Boah! Andi! Sehr gut. Sehr gut. Ja, guckt euch das mal an, hier. First try direkt wieder hoch zum Rennparcours. Auf geht's. Auf geht's? Nee! Jetzt kommt das Auto, dann kommen noch ein paar Minisachen, dann sind wir ja schon wieder da. So. Ich fahre nicht. Mann. Zero-wise drive-by. Boah, weiß nicht. Riders on the storm. Ach so, bei Keimen das Vertrauen. Unfall dagegen. Und mitgenommen. Nee, ist das bei mir nicht so. Man muss echt beim Andi jetzt auf den Bildschirm schauen. Ja. Und voll mit und wir fliegen. Ja. Das war's. Bruch. Das war's. Und wieder zurück zum Knochen. Komm, zum Knochen, wenigstens zum Knochen. Ich sag ja, so Vehikel sollte nur ich steuern. Sei es Schiffe, Autos, Panzer. Die Sektauere, Alter. Ich kann. Ich nehme jetzt auch gleich diesen Glasreiniger und trinke ihn. Dann ist es beendet. Also, ich fahre kein Fahrzeug mehr in keinem Spiel. Ja. Es bitte klippen. Wir einigen uns jetzt darauf, dass Parbugs immer fährt. Wir sind jetzt alle... Ja, ja. Parbugs fährt jetzt. Was ist... Ein Spieler hat sich verknüpft. Was? Okay. Was ist das jetzt? Der ist denn der Zwerterung? Warum? Er will uns in den Abgrund ziehen. Kick ihn. Ich weiß nicht. Ich kann ja nicht kicken. Was? Du kannst ihn ja kicken. Du hast es doch, das Spiel. Wie kann ich den kicken? Er will uns umbringen. Okay. Komm, wir versuchen jetzt, die nächsten zwei Minuten, ohne uns abzustimmen, alles mega perfekt synchron zu machen. Einfach, dass man es spürt. Ich würde sagen, dass wir das jetzt hier in der Nesse schaffen. Wir sind bei 1,20 bis 1,23 und los. Ich habe ein gutes Gefühl. Ach ja. Ja, wir spielen jetzt den Zweren runter, Leute. Vor allem, wir kennen jetzt auch den Trick. Okay. Okay. Schnell hochziehen. Weit, weit, weg. Weit, weit, weg. Es ist alles so weit, weit, weg. So, was ist denn heute los, Mann? Sehr schön. Bei dem nächsten Hindernis kämmen wir es ja, ne? Was passiert, wenn wir im Notfall versuchen, hochzukommen und dann einfach mit der Bewegung gehen. Und go, gleich go, gleich go. Okay. Zieh mich hoch, zieh mich hoch. Okay, ist nice, wichtig, wichtig. Oh Gott. Nein. Und go, okay. Und eher lieber kleinere Jumps. Okay, einer hängt. Dass er hängt. Ja, sehr gut. Okay. Perfekto, Matico. Gleich weiter. Okay, Leute, wir sind wieder hier. Ja, war doch jetzt gut. 430. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob wir das jetzt wieder so gut hinbekommen, wie beim letzten Mal. Es war schon auch lucky, muss ich sagen. Nehmen wir gleich mit, oder? Andi, du sagst wieder an. Let's go. We have all night to get lucky. 3, 2, 1, jump. Sehr gut. Drüber hüpfen, oder? Drüber hüpfen. 3, 2, 1, yep. So, jetzt kommt nochmal diese Drehscheibe da vorne. In 3, 2, 1, go. So, und das ist eigentlich definitiv da hinten. Ist doch nicht recht easy. Ja, zum Glück, zum Glück bleiben die Ketten nicht bei diesen Stangen hängen. Das wäre ja hübel. Boah, das wäre richtig hübel. Das wäre richtig hübel. Das habe ich beim ersten Run nämlich richtig verwirrt. Ich dachte mir so, hey, da ist ja jetzt genau die Stange davor. Stopp, bin ich drauf. Aber zum Glück, ja. Das wäre ein bisschen crazy, wenn das so wäre. Mini-Justierung einleiten. Ja. War ein wenig krass. Hab verkackt. Oh, oh. Hab auch verkackt. Halt, ihr euch irgendwo herst. Keine Ahnung, wo wir sind. Wo, hier? Hier, rein. Ah ja, hier. Hier geht's doch rein. Ja, ist okay. Ist verkraftbar. Und los. Okay, wackeln. Oh, kurz zittrig geworden. Sorry. Und los. Nee. Achtung, ich fall. Jetzt müsst ihr euch. Okay. Andi, jetzt musst du regeln. Okay. Ich kann nicht ziehen. Ja, versuch mal runter zu. Ja, lieber rechts zu runterfallen. Ja. Vielleicht kommen wir beide hoch. Okay. 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 Okay, ja. Ja, ja. Nee, nicht so viel. Ich glaube, so viel schwingen, ist das eine gute Idee. Ich versuche irgendjemanden hochzuziehen. Aber es ist irgendwie gerade übel. So. So, noch einer. Shit. Nein. Schnell wieder auf den Teppel. Nehmen wir gleich mit. Und direkt auf. So, was? Okay. Wie ist der ab denn da? Jump. Okay, ist aber was springt in den Abgrund? Oh, oh. Wir müssen gleich jumpen, Leute. Boah. Nein. Äh. Okay. Und wieder auf den Teppel. Hier unten können wir auch hingehen, gell? Ich weiß nicht, ob wir da hochkommen. Ja, das ist ja wieder der. Nee, also dieser Tempel, ey. Ich drehe ja durch. Nee, also jetzt hat... Wir sind die Fassspringer vom Feinsten. Oh, das war mal synchron. Das war äußerst lovely an der Stelle. So, um sie hin. So, kommt, Leute. Schärft eure Sinne jetzt. Ich schärfe meine Sinne auf dem Messer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Das ist ein Schwert. Mit dem Schwert. Mit dem Schwert. Mit dem Satanschuh. Okay. Ach, das war wieder zu krass, oder? Das war jetzt viel. So, jetzt geht wieder los. Tick, tick, tick. Ja, jetzt können wir uns schon ein bisschen beeilen. Hups. Nein. Gott, Alter. Alter, ohne Witz. Was? Ohne Witz, das waren ihr beide. Ich habe überhaupt nichts. Was? Ihr seid beide runtergefallen. Weil die Parabax runtergefallen ist. Ja, und der Handi jetzt so runtergefallen ist. Ich war, nee. Ich war beide oben. Ich war, ich kletterte erneut hoch. Es war nichts. Es war Ausgangszustand. Um mir den Schubser zu geben, Chong. Nee, nee. Es ist eine Kette. Kette. Kette, wir standen beide so und du hast einen Hippie bekommen. Ja. Also, wenn wir noch einmal durch diesen Wassertempel durch müssen, rass dich aus. Fett, dass wir durch den Knochenballast durch müssen. Ich wollte gerade sagen, Mensch, werde ich nicht über den Wasserballast. Hast du noch einen Ballast lieber oder was? So, last run jetzt. Wenn wir jetzt ganz runterfallen, sterbe ich. Schmeiße ich mich auch von den Brücken. Also, ich gehe jetzt wieder vorsichtig. Ist mir egal. Ihr könnt ja schnell gehen. Sollte ich von der Taktik abbrechen, die vorhin funktionieren hat? Ja, Andi, nicht zu weit. Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Du ziehst mich in den Kurven mit. Da musst du mit drüber nachdenken. Entschuldigung, warte. Denk mal drüber nach. Als statt, was du sagst, da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Da musst du ein bisschen drüber nachdenken. So. Denk mal drüber nach, Junge. Denk mal nach, Junge. Was das heißt. Denk mal nach, was das soll. Was das mit mir macht, Alter. Nee. Nee. Okay, und los. Äh. Okay. Okay. Kurz Panik, aber alles gut. Justierung. Darieren. Und go. Und go. Easy. Easy. Fuck. Easy. Fuck, fuck. Ich fiel, ich fiel. Hilf uns. Ja, ich fall nach rechts, wenn dann. Wenn dann nach rechts fahren. Ja, ich versuch. Oder, oder, oder mich ziehen. Mich ziehen. Boah. Ich kann nicht gleichzeitig dagegen anlaufen und dich ziehen, Alter. Wie soll das gehen? Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ja, ich bin gleich da. Ich hab's fast. Na, dann fall ich halt. Das ist jetzt der Trade-off. Aber ja, nicht nach links. Da geht's komplett runter. Geh wieder ein wenig weiter hoch. Ja, ein wenig weiter hoch. Wenn wir vielleicht versuchen, da auf diese Plattform einfach zu fallen, da direkt unter uns. Ja. Müssen wir nur durch den Wassertempel wieder. Ich kann mal versuchen, ganz frech rüber zu hüpfen, Alter. Mach das, mach das. So. Egal, egal, egal. Easy und sehen nur beide runterfallen. Easy. Beide fallen. Ja, aber gut gesaved. Gut gesaved. Okay. So, chill. Ab. Ab. Okay. Ab. Ab. Andi macht wieder die Ansage. Und go. Run, 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 jump. Run, 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 jump. Jump. Perfekt. Jump. Perfekt. Und jump. Sehr stark. Wir haben es wieder geschafft. Oh Gott. So. Da müssen wir eigentlich noch durchkommen jetzt. Das ist make it or break it, Leute. Perfekt war aber ganz krank auf dem Weg nach. Wenn es nichts. In der Mitte. Kann man nicht alles. Also okay, okay. Kurz durchatmen. Atmet, atmet, atmet. Atmet ihr? Ja. Ja. Okay. Okay. Ich sag nur eins. Justieren und ersten Jump. Und ersten Jump. Justierungsjump. Wichtig, weil der geht in die falsche Richtung. Easy. Stark. So. Ein bisschen justieren. Jetzt Sprint-Taste gedrückt halten. Und warte, wir müssen hier. Auf das Pattern achten, gell? Guck mal. Eins geht immer ganz nach hinten. Und eins nicht so ganz nach hinten. Ja. Das rechte geht nicht ganz nach hinten. Genau. Das heißt eigentlich, wenn das rechte vorne ist, können wir jumpen. Mhm. Okay. Und drei. Zwei. Warte. Eins. Go. Fuck. Okay. Könnt ihr mich safen? Boah. Boah. Ich hab Polter stehen. Ich hab Polter stehen. Ah, nein. Fuck. Zerbi, Versuch auf der anderen Seite. Ja. Zieh mich. Zieh mich. Wenn's geht. Oh, no. Nach links. Nach links. Okay, das ist krank. Okay, das hat's aber ganz gut gemacht, irgendwie, oder? Das macht's irgendwie besser. Äh, schnell nach hinten. Schnell nach hinten. Okay, wir können uns irgendwie durchcheaten. Wir können uns irgendwie durchcheaten. Nein, nein, nein. Frucht. Frucht. Komplett Frucht. Das war's. Knochen-Tempel. Nicht mal Knochen-Tempel. Okay, auch kein Knochen-Tempel mehr. Nee, die drei schon. Jo. Nice. Ah. Ich weiß nicht. Da ist grad noch zu viel passiert. Aber, ah, wir hatten fast das Schicksal gecheatet. Und dann... Vor allem, dass uns auch wieder das in die falsche Richtung erwischt hat. Nee, wenn ich das lese, dreh ich durch. Naja, dann halt nochmal. Jo. Okay. Bitter. Bitter. Na gut. Schön war's. Ich sag auch gleich, sobald ich die Fall-Animation starte, sobald wir fallen, geh ich instant in die Up-Mod und dann... Schau. Also, könnt ihr gleich schon mal das Winken anfangen. Das wären zwei, drei kürze Sätze und dann bin ich weg. Die Kombination aus präzise und ungeduldig herrscht hier grad ein bisschen vor. Okay, 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 okay. Wird das der Bruch? Ja. Und das war's. Gut. Das ist was. Also dann... Am Knochenpalast. Am Knochenpalast! Am Knochenpalast. Am Knochenpalast. Also jetzt geh ich ja... Nee. Okay. Alles klar. Ich hab keinen Bock mehr Knochenpalast. Ich winke. Ich winke. Ja. Das war an der Stelle Chain Together. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Chain Together. Wahrscheinlich wieder beim Knochenpalast. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr heute hier mit zugeschaut habt. Und ciao, Kakao.